operieren darf ich nicht mehr seit ich meine lizenz verloren habe aber ich halte die mit stationen hier am laufen an diesen automaten kannst du alles kaufen was ein arzt dir auch verschreiben würde bloß ohne die alte predigtmarke die kammer ist ein mythos die werden sich den ich habe mir bei dem typen dieses abgegeben und das nächste angenommen wird jetzt nämlich die ausgaben erledigen davon also ich habe auch meine snipe munition ist voll auf 20 kilometer hoch zu springen machst du doch auch nein niemals die nächstes level er der arme kletcher Ach stimmt, über den Spiegel gab ich eine Zielhilfe. Das ist ganz vergessen. Sieht aus, als würdest du neintos schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der richtige. Was? Schon fertig? Der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Na gut, raus muss weise, oder? Ja, war gerade ganz raus muss weise. Der kleine Roboter ist akramponiert. So hält er nicht mal lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Oh, ich hab' ein Leckfeld! Ich hab' ein Leckfeld! Ich hab' ein Leckfeld! Äh, ich glaub' ein Mal dahin, wo das Ding mir anzeigt, wo das, ist, da liegt's doch schon. Diese lustige grün markierte Kiste hier. Ich hab' schon aufgenommen. Da war so ne Reparaturkiste. abliefern muss sagen wir ganz machen du musst deinen part übernehmen auf der reise die vor dir liegt welchen das sollte reichen wir sehen uns gleich wo wirst du hin irgendwie leckst schon ordentlich bei mir wirst deine video sehen wir können ja danach der quest wechseln ich gehe jetzt mal ab und nehme das nächste an reparatur bedürftig ach so ja jetzt müssen wir hier diesen dass den automaten reparieren jetzt machen wir das spiel hast du mal sehen was da ist da sind wir wieder nach täglichen problemen mit der winters firewall sind wir jetzt wieder beim spiel laden und sind gleich wieder drin und dann geht es weiter sonst wäre die ziemlich kurze erste folge in der hoffnung dass es jetzt besser läuft ja in der hoffnung dass jetzt nicht ich rumlecke oder sowas ach so ey so doch ja jetzt bin ich wieder da du bist nur roland du hast den falschen charakter ach fuck ich bin nicht wieder da ein ende so jetzt haben wir es gepackt ich bin wieder drin und du bist da ok und du leckst nicht mehr bei mir leck ich jetzt bei dir? ne ich sag ja ich habe auch 40 frames ich habe eine grafikeinstellung runtergestellt daran lag es bestimmt kann sein dass ich die lecks von dir gesehen habe sozusagen bei den grafikeinstellungen egal jetzt können wir auf jeden fall weiterspielen hast du die aufnahme wieder an? ja ja da habe ich gerade schon wo ich reingekommen bin angemacht äh bei mir ist es klar dass wir die Quest abliefern müssen äh ja stimmt irgendwie hat es gerade drückgesetzt man sollte schon lesen wo man gerade ist yeee dann liefer mal ab was will ich tun? na egal kurz lieferst du nicht ab? ja ich dachte du hast einen abschluss in medizin aber mit einer kugel im leib ist dir das egal so jetzt energiedingens sammeln juhu yeee ach verdammt ich habe zu viel daisy gezockt ich wollte gerade mit dem alt mich über meine schulter umsehen wo du bist das war irgendwo da hinten das ding ich sehe es doch schon von hier aus ja da kommen doch gleich die blöden fische abgedrückt halt abgedrückt um deine karte zu öffnen ja ok hab ich gerade getan ja da kommen hier von da irgendwo ja das war Nummer eins oh Nummer zwei oh nachladen nachladen sniper rev munition ist mir voll hab eins aufgenommen da war noch mehr drin genau hier war noch bisschen zeug drin du 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 mua Geld äh während du drücke shift elm zu sprinten ja logisch ja das machen wir ja irgendwie schon die ganze zeit ja also ja ich habe jetzt keine lustige tipps irgendwie kann man glaube ich irgendwie ausschalten gibt es irgendwie eine tasse dafür ja laufen ja springen ich tanze ich tanze ok wenn wir kommen hey check me out ne hier einsetzen und so aufgabe erfüllt und glaube ich dass das ding die medizinischen geräte laufen ne kannst du es abgeben ok du kannst es abgeben ach wir müssen ein Schild kaufen das stimmt aber ja wahrscheinlich benutzen um zeug zu verkaufen das du nicht mehr brauchst und dir dafür ein erster hilfe kit zu nehmen aber gib du mal die quest ab damit die sollte das alle sehen was wie wo welche die quest da ist ja eigentlich egal nein nein jetzt hast du ein Schild die Leute trauen dir noch nicht um die Kammer zu finden brauchst du die Hilfe der Leute hier es nützt dir wenn du Dr. Z bei seinem Problem mit Ninetaus hilfst Waren die da oben rechts in dem Lager oder? Jaja siehst du auch angezeigt unten verdammt ich bin kein guter Sniper Au vor allem kein No Scoper No Scope nicht in Borderlands denn das ist ja gleich welcher da rechts zum Beispiel steht doch glaube ich einer genau da kommt nicht da den hat Gott getötet ah verdammt ich kaufe ich bin nicht zu müssen aber ich bin nicht zufrieden und ich bin nicht zufrieden und ich bin nicht zufrieden aufgefallen, auf das habe ich mir runtergefallen. Ach, how to fail hard, ey, ehrlich. Wenigstens habe ich den ausgefunden. Ach man, ey, ehrlich, so schlecht. Ich bin grad so schlecht. Mach schon mal weiter, ich komme gleich noch. Komm gleich nach. Ja, aber auch nicht, falls ich beruhigte. Ja, aber ich treffe dich nur, ich fall auch noch runter und bin nicht mehr mehr im Kampf. Nee, da kriegt ich XP. Na, da ist Kuppi. Ich hab nicht, das Level, du auch. Schön. Du tust ja wirklich gar nichts momentan. Nee, ich treffe irgendwie. Also es liegt dann aber nicht mehr an mir, du bist Tostos. Du musst einen ganz normal treffen bei dir. Und ich treffe ja auch ohne Probleme. Bin ich einfach nur zu doof. Ich habe ja gesagt, das wird ein Letzfeu. Ey, klickst du um, geht sogar. Yeah! Oh, oder auch nicht. Ja, aber Munition verbrauchst du genug laut dem, was hier liegt. Da war eine Pistole. Ey, und hier ist eine Waffenkiste. Waffenkiste, öffne dich. Schrot finde. Schrot finde. Pistole. Level 4. Du nimmst die Schrot finde. Ich nehme die Pistole aus zweiter Waffe. Würde ich sagen. Ey. Komm, nimm doch mal an, da können wir uns überdieren. Mit V. Genau. Ja, wir schaffen das irgendwann noch uns zu töten. Irgendwann. Du schießt hier mit der Hauptwaffe hier. Unfair. Trotz. Gitter raus. Kämpfe um dein Leben. Schade. Hat auch noch gewonnen, Schweinerei. Andersherr hat die Frotstünde gewechselt. Unfair. Zwei Hauptwaffen. Gib's ja zu. War nicht schwer. wir müssen wieder zurück ist ja klar oder so ich wollte gucken ob wir noch was finden hier zum beispiel geld ja 19 dollar hat sich doch gelohnt ja gab es für mich auch hier ist noch munition für dich und hier ist noch mehr geld irgendwie finde ich ein bisschen mehr geld das tun muss ich mal so sagen jetzt nicht in die arena unten reingehen dann machen wir noch mal ein pvp match